In Deutschland darf man nicht immer mit Bargeld bezahlen. Vor allem der Beitragsservice, früher bekannt als GZ, und die Finanzämter akzeptieren in der Regel keine Barzahlung. Wenn man jetzt aber ein Recht auf Barzahlung hätte, dann könnte man die Behörde austricksen und sagen, hier, nimm, wenn du mein Bargeld nicht möchtest, dein Pech. Ob das funktioniert, hat heute der Europäische Gerichtshof entschieden. Was er in seinem Urteil gesagt hat, zeige ich euch in diesem Video. Moin zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Matthias von der Steuerkanzlei TXT und heute Morgen hat der EuGH den lang andauernden Bargeldstreit entschieden. Worum ging es in dem Fall? Schauen wir doch direkt mal rein. Wir sehen hier Urteil des Gerichtshofs vom 26. Januar über eine Klage der Herren Dietrich und Hering. Der Herr Hering ist ein durchaus bekannter Journalist. Seinen Blog verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und der hatte versucht, seinen Rundfunkbeitrag in Bar zu zahlen. Das hat der Beitragsservice abgelehnt. Dann hat der Herr Hering dagegen Rechtsmittel eingelegt, hat in allen Instanzen verloren. Bis vor einiger Zeit das Bundesverwaltungsgericht dann beschlossen hat, den EuGH zu befragen, ob es tatsächlich zulässig ist, dass eine Behörde Bargeld ablehnt. Ich persönlich war von dieser Entscheidung damals etwas überrascht, denn wir hatten die ganze Thematik schon mal im Zusammenhang mit Steuerschulden. Da hatte ein Steuerzahler versucht, seine Steuerschulden in Bar auszugleichen. Das hatte das Finanzamt abgelehnt und über den Streit musste dann das hessische Finanzgericht entscheiden. Dann haben wir hier Urteil Ende 2017 bekommen. Ich persönlich kann nicht so richtig nachvollziehen, warum mir jemand so einen großen Wert darauf legt, öffentliche Abgaben in Bar zu bezahlen. Die Kläger bringen hier insbesondere so Argumente hervor wie finanzielle Privatsphäre, Datenschutz etc. Ich persönlich fühle das nicht. Ich habe eher eine andere Vermutung. Denn wenn ich einer Behörde Bargeld anbiete und die das ablehnt, dann gelange ich als Schuldner selbst nicht in Verzug. Das heißt, die Behörde kann, wenn sie das Bargeld ablehnt, ich aber ein Recht auf Barzahlung habe, dann kann die Behörde mir keine Mahnkosten auferlegen oder Säumniszuschläge oder ähnliches. Ich vermute, da liegt eher der Ursprung dieser Bestrebung der Kläger. Jedenfalls hatte damals schon das Finanzgericht entschieden, Nein, es ist nicht notwendig, dass das Finanzamt Barzahlungen anbietet. Insbesondere würde es halt ein Vermögen kosten, wenn man jetzt in jedes Finanzamt jemanden reinsetzen muss, den ausbilden, die Sicherheitstechnik anschaffen usw. Nur damit dann vielleicht mal alle sechs Monate jemand vorbeikommt und Bargeld vorbeibringt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir persönlich wäre einfach meine Lebenszeit zu schade, zum Finanzamt zu fahren, nur um dort Steuerschulden in Bar zu bezahlen. Aber andere sehen das anders. Deswegen haben wir heute auch das große EuGH-Urteil hier bekommen. Der EuGH hat in der Großen Kammer entschieden, mit 15 Richtern. Nur wirklich wichtige Fragen werden in der Großen Kammer entschieden, kommt relativ selten vor. Der EuGH hat sich hier wirklich viel Mühe gemacht. Relativ langes Urteil auch. Wenn wir hier 79 Randnummern machen und dann ganz am Ende die beiden Leitsätze. In dem ersten Leitsatz geht es nur um Fragen der Zuständigkeit. Aus meiner Sicht nicht so interessant. Die zweite Frage ist hier die inhaltlich entscheidende. Und da sagt der EuGH, also eine Bestimmung, die Barzahlung ausschließt, steht dem europäischen Recht nicht entgegen. Vorausgesetzt und dann hier erstens, zweitens, zweitens, viertens, fünftens. Nennt ein paar Voraussetzungen. Muss insbesondere verhältnismäßig sein und so weiter. Wir haben hier auch ein paar Hinweise des EuGHs ganz zum Schluss bekommen. Also die ersten, ich weiß nicht, die ersten 70 Randnummern sind relativ unspektakulär. Und dann geht es hier zum Ende hin los. Insbesondere beruft sich der Beitragsservice darauf, dass halt eine unglaublich große Vielzahl von Leuten betroffen wäre, wenn man sich jetzt auf Barzahlung einrichten müsste. Das gibt der EuGH hier dem Bundesverwaltungsgericht, das über den Fall abschließend entscheiden muss, schon mal so als Hinweis mit. Ich persönlich gehe auch davon aus, solche bundesgerichtlichen Entscheidungen sind eher konservativ. Ich war damals schon überrascht, dass man überhaupt diese Vorlage hier in Erwägung gezogen hat. Das Gericht wird also hier sehr wahrscheinlich die Hinweise des EuGHs mit aufnehmen. Grundsätzlich geht der EuGH davon aus, es darf eben die Barzahlung ausgeschlossen werden oder man darf Barzahlung als Behörde verweigern. Insbesondere mit Blick so auf die Kosten. Denn es würde natürlich für alle teurer werden, wenn man jetzt, wenn die Behörden verpflichtet wären, Barzahlungen zu ermöglichen. Personal, Sicherheitstechnik und so weiter. Zudem stehen ja auch andere Zahlungsmethoden zur Verfügung. Man kann alle möglichen Arten per Bank zahlen. Das ist gar kein Problem. Eine Ausnahme müsste man nur machen für diejenigen, die keinen Zugang zu einem Bankkonto haben. Sehen wir hier, also wer kein Bankkonto hat, den kann man nicht zwingend verpflichten, auch per Bank zu bezahlen. In Deutschland gibt es inzwischen auch ein Recht auf ein Bankkonto. Das muss man hier vielleicht auch noch mit berücksichtigen. Ich gehe auch davon aus, das wird nur relativ wenige Leute betreffen, die tatsächlich überhaupt kein Bankkonto verfügen. Denjenigen müsste man dann vielleicht ermöglichen, Bar zu zahlen. Die Kläger haben dann hier noch vorgebracht, man könnte unter Umständen auch noch einen Dienstleister beauftragen, der die Barzahlung abwickelt. Ich kann mir aber beim besten Wind nicht vorstellen, dass das Bundesverwaltungsgericht hier solche progressiven Vorschläge aufnimmt. Deswegen tendenziell aus meiner Sicht ist damit zu rechnen, dass also hier bestätigt wird, dass keine Verpflichtung besteht, für eine Behörde Bargeld anzunehmen. Wenn man jetzt trotzdem Bar zahlen möchte, wie kann man das am besten erreichen? Was immer funktioniert ist, in einer Filiale der Bundesbank kann man auf Schulden stets Bargeld einzahlen. Kostet mein letzter Stand 3 Euro. Allerdings gibt es auch nur 35 Filialen der Bundesbank. Im Zweifel also ein relativ weiterer Anfahrtsweg. Man kann allerdings auch immer mal bei der jeweiligen Behörde nachfragen. Soweit ich weiß, manche Finanzämter und auch teilweise der Beitragsservice, je nachdem welche Bundesländer, akzeptieren auch Bargeld. Wenn man da fragt, nehmen Sie Bargeld, dann sagen die, ja klar, kein Problem, weil Sie wissen, dass das eben kaum jemand macht. Wer da also Interesse hat, der kann das auf jeden Fall versuchen. Ja, dann hoffe ich, die Hinweise haben euch gefallen. Wie seht ihr das? Würdet ihr gerne auch eure Steuerschulden, euren Rundfunkbeitrag in Bar zahlen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst immer ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.